Ich bin also heute auf dem Weg zum Bregenzer Weihnachtsmarkt. Das ist also hier bei uns in der Gegend einer der ersten. Ich wollte eigentlich schon letzten Freitag gehen, aber da hat es mir dann doch zu stark geregnet. Und deswegen bin ich heute am Dienstag auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Das ist also hier die Bregenzer Festspielbühne, da gehen wir dran vorbei. Leider ein Haufen Baustellen und man kann nicht so direkt am See wie sonst immer, sondern muss ein bisschen außen rum. Aber trotzdem sieht es toll aus. Ihr seht es ja selber. Im Sommer sind wir hier mal gesessen. So eine schöne Erinnerung. Da war es richtig warm, Sonne hat gescheint. Aber es ist auch jetzt richtig schön toll, finde ich. Leider ist mein Akku von der normalen Kamera leer. Jetzt bin ich halt hier mit dem Handy unterwegs. Das ist ein richtig schöner großer Weihnachtsbaum. Und gut, ich habe ein paar Fotos gemacht. Vielleicht kann ich sie euch zeigen. Das ist also hier mit einer der schönen Plätze in Bregenz. Allerdings außerhalb vom Weihnachtsmarkt. Es fängt leicht an zum Regnen. Wir haben nur ca. 20 Minuten zum Laufen. Aber das ist egal. Gehört dazu zu Weihnachten. Oder zum Weihnachtsmarkt irgendwie. Wir sind jetzt hier auf dem Rückweg. zum Auto. Hier vorne haben wir ein schönes Restaurant. Rechts daneben sieht man so einen schwachen, hellen Strich, sage ich mal. Das ist die Seebühne. Und da drüben ist dann Deutschland, Lindau, Wasserburg und so weiter. Und dann wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020